Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. So, wir haben eine neue Insel entdeckt und ich hoffe, dass wir hier diesmal ein bisschen Dreck finden werden, also Schmutz. Das wäre mal echt schön und dann könnte man nämlich neue Sachen bauen und ja, das, wie gesagt, wäre echt super. Aber mal schauen, vielleicht habe ich ja wieder Pech. Das gibt hier keinen Schmutz. So, auf jeden Fall habe ich schon Melünchen gesehen. Die Möwe nervt uns wieder auf Vollgas. Das kann sie halt sehr gut. So, wie viel Platz habe ich noch? Geht sich aus hier für Mango und eventuell Mango-Sämlinge. Ja, ja, ja. Wir werden auch gleich wegessen, würde ich sagen. Mal ein bisschen Obst tut uns eh gut. So, Nom, 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 Nom. Melone, glaube ich nicht mehr, dass sich das ausgeht. Nein. Da werden wir noch schauen. Blaue Blümchen. Okay. So, wie es ausschaut, haben wir wieder eine Insel entdeckt, die keinen Schmutz hat. Hurra! Ja. Welch Freude. So. Äh, Mampfi. Genau, Essen tun wir noch nebenbei, während ich die Sämlinge wegbringe. So. Zack und zack. Da, 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 sind alle. Okay. Da haben wir unseren Freund. Lass das. Sei brav. Du Kerl. So. Äh, auch ein bisschen Wasser werden wir gleich mitnehmen für uns. Weil durchstieg sind wir sowieso immer. So. Hallo. Das zudem. Also, auf euer Wohl. Bröstelchen. Äh, ja. Dann, weiter Insel. Falsche Seite. Darüber. Meine Güte. So. Insel. Eine neue Axt muss ich mir, muss ich mir auch gleich zusammenschüssen. Axt, ich brauche ihn tun. Ne, Axt, du verstehen. So. Habe ich Platz? Genug. Jawohl. Melönchen und Blümchen. Und da drüben haben wir noch blaues Blümchen. Ananas hat, hätte noch Platz. In der Tat. Jetzt aber nimmer. Okay. Aber die, die könnte ich... Äh, wenn's Kokosdings gibt, hätte ich keinen Platz. Nein. Muss ich nochmal zurück. Ein Rucksack wäre auch mal schön. Ach, ein größerer. Dann, hier natürlich. Das hätte ich auch schon längst machen können. Zack. Blanke, 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 blanke. Hier habe ich derweil ein bisschen was reingeschmissen. Wegen Platz. Da werde ich auch kurz die Nägel reinschmeißen. Ja, was ist denn hier für ein Wellengang? Was soll denn das? Hier könnte ich auch mal was grillen. Servus. Ähm, falsch. Die Sämlinge kommen da rein. Blaue Sämlinge. Und das war's schon wieder. Ja, was denn? Macht doch nicht so einen Lärm. So, auch hier machen wir wieder voll. So, 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 so. Mehr Blümchen habe ich nicht. Gut, dann nochmal. Jetzt gibt es noch die schwarzen. Die schwarzen Blümchen. Und eine Palme zum Ernten. Und natürlich die Ananas. Mit A, die Ananas. Und wieder mal kein Schmutz. Ein Frust-Ding. Ich habe ja schon mal versucht, das zu hacken. Ja, das bringt sich nichts. Nein. So. Nehmen wir noch Tier, das Schmiedschwahl. Wir brauchen eh Blanken. So. Da drüben ist noch eine Weiße. Habe ich Platz? Nein. Na, wenn kein Sämling ist, dann schon. Passt. So. Hätten wir es wieder, die Insel hier. Dann heißt es wieder, Haifisch die besiegen. Huch. Aha. Was könnte ich denn jetzt schnell verspeisen? Speisen. Die hier werde ich essen. Die hier wollte ich essen. So, komm. Nom, nom, nom. Passt. Und. Wassermelonsamen mitnehmen. Gut. Passt. Hier herum war ich schon, ne? Ja. So. Und. Platsch. Heureka. So. Die Blümchen tun wir weg. So. Die Sämlinge auch. So. Ah, Ananassamen. Da fühle ich gar keinen Platz. Wer hätte das gedacht? Das muss ich noch woanders hin tun. So was. Das war angetäuscht. Ich glaube, da habe ich hier irgendwo. Nein. Aber ich mache mal hier ausnahmsweise Platz für Dingsbombs hier. So, ich werde jetzt mal die Milönchen, also generell die Früchte, werde ich jetzt mal nach oben bringen. Schön die 20er Stacks und hier auch noch schnell die Erze. Dann habe ich noch mal ein bisschen Platz. Genau. Dann haben wir das auch schon fertig. So. Das bringe ich jetzt mal nach oben, weil dafür habe ich ja die Kisten. Wofür? Hier waren die Früchte. Genau. Hier sind die Früchte. Genau. So. Und eines brauche ich dann noch hier für Gemüse. Dann habe ich hier eins für Fleisch, eins für Gemüse. Dann passt das schon. Also einmal noch eine Truhe basteln. Eigentlich geht sie schon aus. Schrott und Scharnier brauche ich noch. Das ist kein Problem, weil das finden wir hier jetzt eh an, gleich den Schrott. Und Scharnier habe ich eh noch eine. Dann habe ich vielleicht sogar Scharnier habe ich eins. Da ist vielleicht irgendwo noch ein Stück Schrott übrig. Ich glaube nicht. Nein. Außer hier wäre jetzt zufällig ein Fass noch irgendwo. Ui. Ah. Ist nicht schlimm. Kein Problem. So. Also weiter ausräumen. Das wollte ich sowieso schon länger mal machen. Wababababab. Hey, ich trottel. Ich könnte gleich... Ha. Ich brauche gar nichts bauen. Ich werde die hier einfach nach oben verfrachten. Problem erkannt. Problem gelöst. So machen wir das. Wie machen wir das? Nichts kompliziert. Na, wie machen wir das praktisch? Viel schlauer. So. Fischi kommt hier rein. So. Und so. Da sind wir schon voll. Das macht nichts. Können wir da oben... Da können wir Fleisch geben. Ja, das ist schon okay so. Das können wir, glaube ich, ganz gut so stapeln. Den tun wir da hin. Die Kokosnuss kommt hier hin. So. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das so zu machen. So. Das ist eine ganz gute Idee sogar. Dann spare ich mir jetzt Arbeit. So. Die Rezepte... Gehörten... Würden eigentlich wegschmissen gehören. Tut. Ja. Den nehmen wir mit. Zack. So. Ist gut. Den nehmen wir gleich mit drauf. Sehr fein. So. Und zwar hier hin. Huch. Äh. Äh. Ist die jetzt richtig beim Aufgehen? Ja. So müsste es passen. Und zwar... Ich würde sagen... So. Genau. Und da hier kommt dann eben das Gemüse rein. Hier halt das Obst. Keine Ahnung, was er mit... Die roten Beeren. Keine Ahnung. Wofür die gut sind. Auf jeden Fall... Hier kommt noch der Fisch rein. Genau. Äh. Falsch. Das Fleisch bleibt hier. Genau. So wollte ich das machen. So wollte ich das machen. Genau. So. Und hier kommt eben das Gemüse rein. So. Die Kartoffelchen. Und die Rüben. Ja. Und da werden wir den Fisch auch anders sortieren. Oder? Passt so fast besser, weil ich mehr Sorten habe. Also wie Gemüsearten. Ist so gar nicht besser. So. Genau. Und da unten halt von mir aus noch die Rezepte hin. Wobei ich die nicht brauche. Einfacher Fischeintopf. Habe ich den da? Einfacher Fischeintopf hier. Ja. Gemüsesuppe, Früchtekompott. Gemüsesuppe. Die Rezepte kann ich wegschmeißen. Das brauche ich echt beim lieben Gott nicht. Ja. Genau. Und da muss ich noch da unten irgendwann noch die Truhe austauschen. Da war es gar kein Fehler, dass ich schon mal die Sachen geholt habe für die größere. Und dann kann ich hier die Sämlinge besser reintun. Ich glaube, das hört sich fast nach einem Plan an. Genau. Dann tausche ich die noch aus. Und dann passt das, glaube ich, ganz, ganz gut. Jo. So, es ist ja schon wieder dunkel. Wie kann denn sowas sein? Geht sich jetzt schon mal? Nein, stimmt. Der Schrott fällt noch. Wird es dunkel oder wird es hell? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dunkel, ne? Dann lege ich mich mal kurz hin. Dann muss ich bauen, weil es geht es schon über dem Ende zu. Einen Bolzen brauche ich. Habe ich noch Bolzen? Ja. Kann ich schon mal einen Metallspeer bauen, weil Haken habe ich noch. Gut. So, Speerli, Speer, Speer. Wo ist denn unser Freund? Jetzt mal vorsichtigst ausgedrückt. Ich glaube, ich werde rüber gehen. Ah, ich höre ihn. In, sie, keine Ahnung. Es. Stichy. Stichy. So. Einmal reparieren. So. Mit Speer auspacken. Gesund bin ich. Durstig ein bisschen. Trink mir noch vorher was. Hungrig wäre ich auch. Aber zum Essen habe ich gerade nichts mit. Wurscht. Egal. Speer. Da ist der Hai. Zack. Und zack. Aha, das zweite Mal ist ich nicht ausgegangen. Luft holen. So. Warten. Gleich kommt er. Ah, zack. Und zack. Jawohl, zweites Mal getroffen. Luft holen. Ich muss ihn so kaputt machen. Es hilft nichts. Und zack. Aua. Und wow. Das war zu spät. Nochmal Luft holen. Da kommt er schon wieder. Zack. Zack. Nochmal Luft holen. Komm nur, du Grandscherm. Da drüben sehe ich schon ein schönes Erz. Zack. Aber zuerst nochmal den plätten. Aha, Speer ist kaputt. Mal kurz an Land hüpfen. So. Neuen Speer ausrüsten. Wo ist das Gesindel? Hallo. Ich probiere es einfach mal. Oh. Äh. Da. Da ist er ja. Kommt er schon. So. Ruhig. Ruhig. Konzentrieren. Und. Pixen. Zack. Jawohl. Und haben wir ihn schon. Fertig. Na, würdest du? So. Passt. Den Haikopf. Den haue ich mal weg. Den brauchen wir wirklich nicht. So. Und gleich. Unser Häkchen. Und gleich rüber schwimmen zum Erzi. Gibt sehr viel Erz. Das freut mir. Wenn das so weiter geht. Haben wir das bald geschafft. Dass das Floß stabilisiert ist. Da haben wir noch mehr. Das ist glaube ich Kupfer, ne? Na, noch Metall. Gut. Metall Erz. Luft holen. Platz. Schaut schlecht aus. Da haue ich die mal weg. Das brauche ich halt echt nicht. So. So. Da ist jetzt ein Kupferlein. Seetang unbedingt. Unbedingt. Seetang brauchen wir zum Weckessen schon bald. So. Schön schauen. Dass ich ja kein Erzklümpelchen übersehe. Ich muss mir jetzt dann echt bald, so schnell wie möglich, besser gesagt, nicht bald, sondern so schnell wie möglich, eine Sauerstoffflasche bauen. Weil das ist so echt ein Zustand. Wobei ich echt schon überlegen bin, ob ich Kupfer jetzt auslassen soll. Brauche ich auch nicht wirklich momentan. So, Luft holen, Luft holen, Luft holen. So. Da vorne hat man mehr Seetang. Das freut mich. Da wäre Kupfer. Ich lasse es jetzt echt einmal aus. Aber wir haben schon wesentlich mehr Kupfer als wir überhaupt brauchen. Im Moment zumindest. So, Seetang, Seetang. Da ist noch mehr Kupfer. Metall würde ich brauchen. Metall, Erz. Ja, blub, blub, blub. So, jetzt wird der Haifisch jeden Moment wieder da sein. Wow, da auch runter da. Da haben wir noch mehr Kupfer. Seetang. Da wäre Metall. Drei Stück noch. Wie gesagt, Kupfer lasse ich jetzt absichtlich mal aus. Da vorne wäre noch ein bisschen Metall. So. Und mal so, zack. Hui. So. Ich glaube, jetzt kann ich mir die Truhe basteln. Das passt mir ganz gut. So. Stell ich sie mal ganz schön hier hin. So. Dann kann ich sie nämlich umräumen. So. Ja, was wollen Sie? Leg mal ein paar Eier, wäre vernünftiger. So. Jetzt kann ich so machen. Oben schön die Blumensamen. Dann Ananas. Dann Ananas. Und Wassermelone, würde ich sagen. So und so. Wassermelone, Ananas. Dann die Bäumchen. Mache ich ganz oben hin. Hier und das. Genau. Warte. Dann werde ich die Blumen ganz nach unten tun, glaube ich. So. 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 Und so. Ja, wir sind ja hungrig. Wie geht denn sowas? Da würde ich sagen, machen wir das so und so. Und hier unten die Blumen. So in etwa. So. Ja, ja. Wir gehen schon essen. Was wollte ich noch machen? So. Passt. Und gehen wir mal rauf. Dann gehen wir mal essen. Hoppala. Das hat super hingehauen. So. I'm hungry. Die Schüssel schon prathalten. So. Dann essen wir mal eine leckere Suppe. Eine schöne Kartoffel. Einen leckeren Bratfisch. Noch einen. Passt. Dann kann man unseren Haifisch wieder auf den Grill. So. Das hier wäre echt mal gut sein, Fisch einen Topf zu kochen. Aber dafür bräuchte ich einen besonderen Fisch. Jo. Das ist nicht so toll. Okay. Rüben muss ich schauen, dass ich anbauen mag. Da würde ich jetzt mal eine ordentliche Portion brauchen. Trennen wir vielleicht Fleisch und Fisch. Das ist vielleicht nicht so verkehrt. Hygiene, ne? Hygiene. So. Zack. 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 Und dann sind wir ja hier eigentlich wieder fertig. Die Truhe habe ich. Erz habe ich genug. Ein bisserl an Schrott. Jo. Würde ich sagen, hauen wir wieder ab. Schauen wir uns die nächste Insel an. Setzen wir die Segel. Vielleicht finden wir auf der nächsten Insel Dreck. So. So. So, das Küpferle. Ein bisserl Seetang. Jo. Kann ich hier noch was braten? Habe ich nichts mit, gell? Nein. So, ja. Wie schauen wir aus? Ach, du Heilige. Sind das da wir? Oha. 18, 19. Wo steuern wir hin? Irgendwie, aha, da rüber. Wäre es jetzt gut, das hier zu nehmen. Oder umso weiter weg, umso besser. Wo immer das mal, oder? Ist ja wurscht. Ist ja egal, oder? So. So, ich muss noch ein Stück weiter beobachten. Warte, wie schauen wir aus? Irgendwie drehen wir uns die ganze Zeit. 26, 27, okay, von der bewegen wir uns weg. Durchstück bin ich auch schon. Und da bewegen wir uns hin, ne? Oder? Ja. Gut. Das passt. Das passt ja schon mal. Ja, ha. Die muss auch immer sterben, ne? Jetzt reg dich ab. Da, trink halt mal. Du armer Teufel. So. Ist jetzt mal Ruhe hier. Das käme mir sehr gelegen. So. Dann zur Schmelze. Bewegen wir uns überhaupt? Habe ich den Einkörb gelichtet? Freilich. Irgendwie haut das noch nicht so hin, hier. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Ob die Richtung stimmt. So. 14, ja. Es wird weniger. Also wir sind hier, glaube ich, ne? Das, das sind wir. Glaube ich. Oder das sind wir. Hier die Mitte sind wir. Okay. Ähm. Okay. Dann wäre es gut von hier aus. Zuerst hier. Und dann hier vielleicht zu segeln. Also geradeaus. Von hier aus. Hui. So. Von hier aus bitte geradeaus. So ungefähr. Haut aber irgendwie nicht hin. wegen dem Wind und so. Der würde uns darüber segeln lassen. Sollen wir uns vom Wind treiben lassen? ist das okay? Ich denke schon. Hoffe ich. Tapsel, 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 tapsel. Jetzt kommen wir halt zu der Insel hin. Hurtigen Schrittes. Der Insel, dann die Insel, dann die Insel und dann die Insel. Sind wir schön im Kreis. Oder? Ich würde mal sagen, probieren wir es mal so. Die Batterie ist auch gleich aus. Das heißt, ich könnte eine neue bauen. Dann schauen wir mal. Dafür brauchen wir eine Baren. Batterie. Wo ist sie denn? Äh, die sind die da. Die Batterie. Geht schon. Zack. Gut. Habe ich schon mal eine auf Reserve. Das ist fein. Okay. So. Das tun wir hier hin. Die Nägel. habe ich hier rüber geschmissen. Blanke, blanke, blanke. Die Nägel haben wir da. Dann können wir schon wieder verstärken. So. Und zwar so. Ja, ja. Huch. Probieren, ob ich hier auch fleißig und brav war. Aber es schaut gut aus. Das hier ist in Sicherheit. Aha. Hier habe ich auch noch nicht. Ich böses Kind. Die Netze habe ich noch nicht gesichert. Okay. Da fehlen mir jetzt schon die Nägel. Ja. Was wollen sie? Sie. Sie. Fress. Möfe. Sie. So. Wieder mal haben wir herrliches Sauwetter. Besser kann es gar nicht sein. So. Nein. Das da. Einen Stein können wir, glaube ich, nicht schmelzen. So. Ja, wen haben wir denn da? Guten Tag. Das ist mein Floß. Das ist nicht zum Essen freigegeben. Wo war denn das hier? So. Dann werfen wir doch mal einen Blick hinauf, wie weit wir noch entfernt sind. 400, gute 450 Meter. Oder Kilometer. Keine Ahnung. Ich denke eher Meter. Da regnet es. Ich schaue lieber beim Fenster raus, sonst bleiben wir wenigstens trocken. So. Hoppala. Ich bin gerade im Mikro angestoßen. Entschuldigung. Soja. 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 Trink mir noch einen Schluck. Essen ist auch schon fertig. Hier habe ich überdacht. Wow. Ich bin schlauer, als ich gedacht habe. Hier wäre vielleicht noch gut einmal. Hier so, damit wir vom Gang her auch noch trocken bleiben. Das hier hätte ich mir sparen können vielleicht. Aber egal. Da werde ich auf jeden Fall noch so ein Geländer drumherum machen. Was ich eigentlich unten machen wollte. Wo ich aber der Meinung bin, es ist ein Blödsinn. Das könnte ich zu zierte vielleicht so übers Eck hier machen. Aber sonst bringt es jetzt nicht wirklich was. Was? Bäh. Soja. Aha. Da fehlt auch was. Da hatte ich jetzt echt Glück, dass ich nicht durch runtergepurzelt bin. Diese Möwe frisst mir echt die Haare vom Kopf. Insel! Insel! Das ging schneller, als gedacht. Insel! Bitte paddeln sie. Das ist jetzt auch gleich hin. Paddle ich richtig? Ich glaube, ich paddelt falsch. Wo ist die Insel? Doch, passt schon. Wow. Das ist hier ein großes Drum. Irgendwann müssen wir sofort eine Paddel bauen. Ähm. Na, nö. Und das Drum. Hä? Ah, hier. Kunststoff. Da ist eine riesen fette Insel. Die ist so groß. So eine Großheit hatten wir, glaube ich, noch nie. Stimmt das Segel? Ich hoffe. So, gehen wir. Da fliegt, da fliegen Vögel. Hoffentlich komme ich da auch drauf. Sonst muss ich mir halt 12.000 Leitern bauen. Jetzt haben wir eine Pirateninsel entdeckt, aus irgendeinem Grund. Boah, ist die groß. Halleluja. Na, du sollst so machen. Ich will da rüber. Ist das dir vielleicht so eine Art Eingang, dass wir rauf können? Mal schauen. Ich will da jetzt einfach mal hin. Wow, die ist echt groß. Blanchi, 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 Blanchi. So, Seel, ich will mir mithelfen. Äh, äh. Ist das schon genug? Ich hoffe. Ich lege mal, ich setze mal den Anker. So. Ich glaube, vorher sollte ich noch schlafen gehen. Äh, mich dann einmal noch stärken, glaube ich. Und dann schauen wir uns das an, ne? Aber das machen wir erst im nächsten Part. Ihr Lieben, das war es wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.